Ich hatte sie viele bekannte Gesichter. Klassik findet nicht nur in der Opa statt. Sie findet zum größten Teil und in ihrer größten Verbreitung in Kinofilmen oder in Spielen der Playstation oder der Xbox statt. Dort lernen die Menschen Klassik kennen und dort habe ich unter anderem auch dieses Lied kennengelernt in meiner italienischen Epoche, nämlich Parla Piu Piano. Ihr könnt auch ein bisschen dramatisch gucken, wenn ihr möchtet. Ach, das ist es schon. Ich muss das. 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 Ich muss das.